Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen mal wieder bei mir, dem süßen Kingsie. Und Elex, ja, ihr habt beim letzten Mal schon gesehen, dass das irgendwie hier plötzlich ausartete, dass ich hier kämpfen muss. Ich meine, ich kann jederzeit gehen. Das ist geil, Mission beginnt, aber ich kann jederzeit gehen. Aber ich habe ja auch Balls und zeige daher, dass ich noch nicht angreife. Aber... Ich mache das klug. Ich fische mir einzeln raus, you know. Man hat nur einen Totenkopf, das heißt... Hard to master. Guck mal, der ist ja schon mal in Ordnung. Ich muss mal sagen, der Schaden dagegen ist in Ordnung. Geht sogar tatsächlich, ich hätte schwerer gedacht, muss ich sagen. Dann kommen wir gleich... Ihn hinten an, hier. Ja, mach das, Gronkh. Das machen wir mal so, hier. Oh, beruhig dich. Hier keine Blitze im Dienst. Oh, ich sehe gerade. Ganz kurz, warte mal. Oh, lol. Nicht zum Heilen, ne? Willst du mal? Dankeschön. So nicht. So nicht. Äh. What the? Ja, so nicht. Ähm. Hihihi. M-mh. So nicht. Oh, ey. Musst du. Ähm. Ja, komm her. Zack. So nicht. So nicht. Ach, sag mal. Jetzt, jetzt. Okay, ich brauche mehr Geduld. Ich muss vorher erstmal essen auf meine Bar legen. Ich merke schon. Mann, 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 Mann. So. Ich kann ja nichts nutzen. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Ah, ein bisschen mehr stärker noch für den Klopfer. Dann geht aber los. Dann geht los. Ich sag's euch. Ähm. Wir brauchen Tränke. Mächtige. Oh, der. Der war mal ganz ruhig. Wir haben Bescherlis. Gesundheit plus 5. Resistenz für Frost. Regeneration. Ne, ja, ne. Ja. Entschuldigung. Hätt mal braten müssen, ne? Ich hätt mal was. Rote Blüte. Und wer abheilende Kräfte. Kriegsslot. Ich erledige das. Ja, sicher. Ja, sicher. Der letzte beschädte Schwert. Mach dich bereit. Jo, er fliegt. Also man sieht schon mächtig aus, würde ich mal sagen. Ich gucke mal, wie laut das ist. Recht laut, sehe ich gerade, ne? Aber ich mache mal ein bisschen leiser. Ach, da sind sie zu zweit, ne? Ich will nicht gehen. Ey, guck, die würden alle anlocken. Ist noch gefrosselt? Geht er langsamer? Oder was macht er? Oder was macht er? So, machen wir jetzt aber. Mach dich bereit. Jetzt mal ein bisschen die Aim-Hilfe hier so ein bisschen, aber einfach schablos aus. Boah, berück dich. Alter, halbige Scheiße. Was ist hier mit dem? Ach, das ist hier mit dem. Oh, hast du gesehen? Abgepeilt am Boden. Der ist überhaupt nicht verpackt, ne? Der ist wirklich nicht so wie ich ungefähr. Elexi, Elexi. So, hätten wir. So, müssen wir jetzt extra speichern? Nein. Es geht los. Oh, hola. Oh, das war ja... Entschuldigung, ich muss mal kurz ein bisschen durchatmen. Das war ja, 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 das war ja überhaupt nicht. Und so, das war ja, also jetzt unter uns, ich mein, lief ja gut. Alles zubereiten, noch Sätze Brot. Habt halt zehnmal mehr Gesundheit, ne? Finde ich gut, sehr schön. So, wir reden gleich, Freundchen. Oh, was ist das denn da? Alpschild. Und Amazit. Ich weiß auch nicht, wofür ich das alles immer wollte. Klar, zum Schmieden, logisch, erklärt sich das so ein bisschen, ne? Aber... Ja, guck mal, Treibstoff hätten wir auch. Trank, der Scharfschützen. Oh, es war noch hier hinter, ne? Ne. Na ja, gut. So, hatten wir erledigt. Wir müssen das teilweise wieder rehabilitieren. Nein. Ach ja, dann mach du mal weiter. Ich, äh, denke noch mal ein wenig darüber nach. Mir fällt schon noch was anderes ein. Äh. Wer genau ist denn dein direkter Vorgesetzter? Ach, das ist mal so und mal so. Der wechselt ständig. Mal der, mal der. Und wer konkret erinnert sich daran, dass du schon lange überfällig bist? Oder würde dich für deine Missgeschicke belangen? Vermutlich alle. Das ist verrückt, das musst du selbst zugeben. Ja, genau. Die Berserker im Vorhang sind manchmal schon sehr speziell. Darum ist es ja auch so toll, dass ich jetzt bei euch in der Bastion herumhängen darf. Bin schon gespannt, was mich als nächstes erwartet. Nicht nur du. Äh, ja. Gut, dann hätten wir das her. Dann hätten wir die jetzt hier ausgeräuchert. Aber, ähm. Bin ich ja hier unten an dem Eck. Hier ist ja nichts weiter, oder? Ich meine, wir können ja mal kurz gucken. Mal hoch. Warte mal. Dann ist ja, glaube ich, die Map endet dann irgendwann, ne? Fackeln ist meistens ein gutes Zeichen, dass hier immer irgendwo was ist. Aber, lass ich mich mal überraschen. Fällt das an. Hier gab es auf jeden Fall ein Ritual. Beschickte Axt. Beschickte Warnäxt. Alter. Was ist das hier für ein... Ne kranke Scheiß ist das. Ich bin schon wieder irgendein Mysterium auf dem Spur, wo ich nicht sein sollte, ne? Das sieht man in einer Quest aus, die ich... Oh, shit. Ja, ne, ne. Ich ahne schon. Ich ahne schon. Wie lange nur durchhalte, hab ich ihn. Ne. Wo, 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 wo. Ich mach mal ein bisschen leiser. Ah, geh, bist du denn? Geh weg von mir. Ja. 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 Ich. Dann habe ich einen Hammel. Haben wir ihn schonmal. Ja. 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 Ey, ich kümmer mich da rein. Meine Pfeile hau ich rein. Entschuldigung, ich bin so ganz so konzentriert. Boah, der ist hier nicht verkackt. Der ist auch... Wo ist er denn jetzt? Ich hab Angst, dass er mich hier rumbuckt hier. Wo ist er denn da oben? Hä? Wo ist er denn? Alter, was ist das für ne Rumgebugge hier mit dem Vieh? Boah, da klettert man so hoch so lang. Dann, äh... Juri, kannst du mal hier ronkieren? Okay, ich ham an. Das ist wie Dark Souls hier, ne? Das Geld mögen wir nicht, natürlich. Dark Souls redet da keiner mehr drüber. Oh, geschafft, 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 geschafft! First Try! Sturmbaran, Federn, Schnabel. Alter, 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 alter. Dieses Mistvieh hat natürlich alle hier sehr schreddert, ja? Gut. Ich fand das hier wirklich einfach mal wie ein Ritual aussieht. Kannst du mal sagen, du willst das Ritual? Hier waren Menschen am Werk, hier hat irgendeine Scheiße gebaut. Der dann aber, glaub ich, auch wieder aufgeschlitzt wurde. Naja, mal weiß es nicht. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen durch die Welt hier. Mal gucken, was so kommt, bevor wir die ganzen Quests machen. Einfach mal wieder so entdecken. Nicht ewig nur labern, labern, sondern einfach mal jetzt... Okay, redaktive Strahlen. Achso, dieses Weltende, ja, da darf ich ja nicht. Achso. Ja, so kann man die Welt auch künstlich begrenzen. Indem alles andere außerhalb der Welt künstlich ähnelt mich gerade anders. Verstrahlt ist der Rest. Ich hör Geräusche. Was ist das denn da? Verseuchte? Kräutenvogel? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich komme. Ich komme, ja, ich auch. Sprengen. Was machst du denn hier mein Junge? Oh, das hält man dann auch. Pestgreif. Ach. Warum ist da kein Totenkopf mehr vorne vor? Komm, 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 komm her. Warte. 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 Ach, fick dich doch, Mann. Ein Hit. Ich war gerade am Hit. Die lass ich in Ruhe. So, dann gehen wir da mal gucken. Ups. Jetzt wird einer entschäkelt. Das looten wir doch mal. Ja. Stein, glaube ich, will nicht kämpfen. Fetz dich. Ich hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja, da hat er recht. Da müssen wir schon aufpassen. Ich lasse mich vor allem nicht in der Strecke Waffe. Vor allem Rüstern. Ach, jetzt kommt hier noch so ein Vieh. Es geht los. Da hat er mich angegriffen. Während ich in der Animation war, ja. Sehr gut, der Alexis-Beutel, sehr schön. Auch nicht schon wieder. Ach, fick dich doch. Nee, nee, komm, komm, komm. Ich hab keinen Bock mehr hier. Ich mache vieles mit. Aber, ei, 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 ei. Bin ich denn hier? Also, das ist ja wirklich in der tiefsten Tiefe. Okay, der hat jetzt nachgelassen. Sehr schön. Endlich. Nachgelassen und abgelassen hat er. Mann, 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 Mann. Okay, gut. Hier erkunden wir uns ein bisschen in die Welt. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Sachter wollte ich eigentlich alles angehen lassen heute, ne? Aber, ähm, hat ja gut geklappt bisher. Da hat er das Klopapier, Alexis-Beutel. Sehr schön. Titan-Böcher, Alexis-Beutel, Alexis-Beutel. Alexis-Beutel. Da liegt auch noch was. So. Zack, zack. Er muss ja übersehen, der eben noch hat. Das Alexis-Beutel. Ist denn jemand zu sehen oder irgendwas, was nach der Macht greifen könnte? Ah, vom Arsch. Fernwaffen, Fernbank. Okay, ich brauche ein bisschen Geschicklichkeit, dann kann ich nicht anbrusten und an den Jagdbogen. Hm, ja, ich würde gerne Fernwaffen nutzen, ohne Mist. Ich sehe, was die da können. Ist das mir sehr, oi, 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 sehr lieb. Ich glaube, den hat alle Löffel, der kann nichts mehr essen. Hehe. Achso. Und sein Zuhause ist weg. Hier ist ein Baumstamm. Sieht immer aus wie ein Mensch. Oder irgendwie, wenn man so auf Entfernung hat. Stachelrücken, alter Steinklauer. Ich meins ja, ne? Siehst du? Höh? Nimm einen Reißer. Boah. So, nicht. So. So. Okay, ich gehe also hier unten einmal lang. Da bist du noch da. So, 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 so. So. Ich will nicht da kämpfen. Mal sehen, was es hier noch so gibt, bevor ich an den Quests nachgehe. Ich sehe hier nichts. Wo? Nein, ist da jemand. Was ist mal die denn? Ach Gott, jetzt fickt doch die Hühner. Du wirst mich noch kennenlernen. Was ist mal die denn? Oh, Alter. Oh, Alter. Haben die eine Granate geschmissen? Die haben meine Granate geschmissen. Was war die denn? Warum? Wo hast du ihr hier viel gesagt? Ja, du hast den alten Korrektar, die Gute. Woll. Das haben wir vorbeigeflogen. Geil. Hier sind wir dann, ne? Ich bin ins Banditennest gesprungen. Immerhin haben wir die Quest auch schon mal erlebt, falls wir die irgendwie umbringen mussten. Irgendwann werde ich irgendwo sehen. Ah, ich habe es schon erledigt. Von der anderen Seite, ja mal. Die ganzen Klingen nehme ich mit, das ist sehr wertvoll. Stange Zigaretten, da kann man bestimmt auch sehr gut tauschen irgendwann. Und was ist hier? Nehmen wir mal das. Gewichtsbegrenzung, das heißt, alles mitnehmen. Also hier. Was hier lootbar ist, ist lootbar. Hier wird mitgenommen, was mitgenommen wird. Eine Uhr. Zack. Teleporter. ThomsonTownSüd. Aufgrund der Stärke der Gegner hier, würde ich ja trotzdem mal sagen, lassen wir das erstmal noch sein. Und gehen eher... Ach, da würde ich ja so gerne rein. Die Stadt ist ja verlockend. Ähm... Ähm... Nee, nö, 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 nö. Fron, kommst du? Okay, die Stadt ist erstmal nichts für mich. Das war eine Mine. Ich bin in die Mine reingerannt. Ich mache jetzt mal ganz kurz Pause mit den Banditen hier. Ich bin schon wieder viel zu lange am Spielen. Pause, weiter geht's in der nächsten Runde. Tschüss.